Musik Ein wunderschön und herzlich willkommen zu They are Billions. Wir waren dabei stehen geblieben hier unten so ein bisschen aufzuräumen, Teile zu bauen, aufzuwerten und und und. Und was ich sehe ist, dass bei uns der Strom ein bisschen knapp ist. Da müssten wir vielleicht uns nochmal was hinzaubern. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir das hier oben wohl zumachen wollten. Also hier haben wir ja noch ein gutes Stein vorkommen, da könnten wir echt ja nochmal ran. Hier kriegen wir drei. Ach ja, es gab ein Update, das sieht man jetzt hier an diesem Steinsymbol. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was alles passiert wurde oder gemacht ist, passiert wurde. Ja, danke dafür. Also wir könnten uns hier die drei oder die vier holen, das ist eigentlich relativ... Die vier. Zumachen kann ich hier hinten eh nicht mehr, ne? Also weil hier ist halt dieses Vorkommen. Ich glaube ich setze hier mal so ein Steinvorkommen hin. Setze ich glaube ich auch nochmal eine Jagdhütte. Jagdhütte. Und ich möchte auch wohl gerne noch Holz kriegen. Setzen wir uns mal hier hin und Holz. Setzen wir uns mal da hin. So und jetzt brauchen wir definitiv wieder Strom. Wenn wir Gold haben. Versteht sich natürlich. Ich weiß gar nicht genau, wo ich mit den Leuten hin wollte. Weiß ich gerade wirklich nicht mehr so genau. Deswegen gehen wir einfach mal hier unten irgendwie durch. Machen wir mal hier irgendwo sauber. Wir müssen eh alles, soweit es geht, clearen. Damit wir da keine Probleme kriegen. Vielleicht ziehen wir den Bogenschützen da oben mal rein. Guck mal, dann haben die auch eine größere Range. Dann ist das auch an sich ein bisschen besser, ne? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Gold. Nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, wir setzen uns mal hier irgendwo nochmal einen Stromgenerator hin. Vielleicht hier? Ich meine, ich kann hier ja eh nichts machen, ne? Also weil noch einen Steinbruch kann ich hier eh nicht platzieren. Ja, ich glaube das ist soweit, okay. Na, wo wollen sie wieder durch? Wieder da oben. Ja, da oben gibt es wie immer Probleme. Also dass die damit nicht aufhören, ne? Da oben. Das ist echt schon, schon fies. Ein paar haben wir überall stehen. Ich möchte ungern weiter in die Richtung der Stadt clearen. Vorerst. Guck mal, da habe ich noch welche. Habe ich die nicht mitgezogen? Habe ich das vergessen? Oder? Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da, was das, was da passiert ist. Ich glaube, ich baue nochmal ein paar Einheiten, ne? Soldaten sind besser geworden. So wurde es mir auf jeden Fall mal irgendwann geschrieben. Also bei mir ist das ewig her, als ich das... Gut, die letzte Staffel jetzt nicht, das wisst ihr ja selber. Aber vor den ganzen Patches, ich glaube, das klingt ganz gut, oder? Wenn wir uns nochmal irgendwie zwei Soldaten holen und dann könnten wir uns gleich auch nochmal den einen oder anderen Sniper dazu holen. Gucken wir mal hier so ein bisschen mit der Gruppe und mit denen gehen wir mal so ein bisschen ins Unbekanntere rein. Der ein Zombie? Achso, der war tot. Ja, geil. Die Mühle ist fertig. 34 Energie. Wir brauchen unbedingt unser Steingebäude. Das heißt, wir brauchen 20 Arbeiter und Gold. Arbeiter ist immer gut. Gut, also da müssen wir definitiv noch ein bisschen was zaubern. Hier wollten wir ja die Bank platzieren. Die passt hier ja eigentlich genau rein. Die können wir ja auch noch nicht bauen, ne? Ne, die müssen wir, glaube ich, im Steingebäude erforschen, ne? Ja, ich meine. Egal, bauen wir nach hier oben weiter aus. So Stück für Stück. Und wir klären mal in alle möglichen Himmelsrichtungen. Ah, hier geht's. Hm, die haben so ein bisschen Probleme, glaube ich. Ja, ein bisschen. Da sind eindeutig zu viele. Ja. Es geht noch, ne? Es geht... Eigentlich geht's noch. Aber ich glaube... Ich glaube... Wir müssen da mal ein bisschen... Ein bisschen aufteilen, wo wir hinwollen. Da müsste ich dann den ein oder anderen Soldaten mehr reinpacken, ne? Hm. Ich glaube, ich lasse die Einheiten mal dastehen. Oh, Hexenbeast. Die haben natürlich noch nicht die Stärksten, ne? Aber wir brauchen so viel mehr Einheiten, ne? Also diesmal aber wirklich ein bisschen schneller. Bisschen schneller, ein bisschen mehr. Ähm, weil das so wie letztes Mal, das will ich ja nicht, ne? Also, dass die uns dann wirklich auf einmal so platt rennen, da habe ich keine Lust drauf. So, Arbeiter haben wir, Nahrung haben wir und das haben. Wir, uns fehlt... Ne, Gold auch nicht mehr. So, hier könnten wir... Unser Steingebäude hin platzieren. Das finde ich gut. Wir könnten noch... Das hier... Weiß ich nicht, ob ich das unbedingt bräuchte. Ich lasse die Einheiten mal so ein bisschen hier stehen. Ich glaube, das finde ich ganz gut, wenn die Sniper hier so stehen, weil hier doch... Hier ist die Gefahr doch relativ groß, dass da auf einmal wirklich ein paar Einheiten denken. Oh ja, komm. Da sagen wir mal Hallo. Die beiden Soldaten kann ich, glaube ich, hier rüberziehen. Hier habe ich nur Bogenschützen. Das ist aber eigentlich auch okay. Bogenschützen, damit kann man relativ gut und leise agieren. Aber die beiden kann ich... ...in diese Gruppe hier noch reinziehen. Und die treffen sich gleich einfach hier. Natürlich, sobald da ein Hexen-Dies dabei ist, ist es vorbei, ne? Ich lasse die mal drin. Ich lasse die, glaube ich, mal drin, oder? Zieh die... Zieh die, glaube ich, da oben rein. Und mit denen cleanen wir mal hier unten so ein bisschen durch. Wir müssen ja erst mal wissen, wie alles hier aussieht. Und wir werden uns nochmal eben ein paar Einheiten mehr bauen. Und zwar noch ein paar Sniper, ne? Sniper sind, glaube ich, ganz cool. Soldaten sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Die haben eigentlich eine gute Schussfrequenz. Die haben natürlich... Die schießen nur über sehr kurze Distanz. Aber dafür machen die halt relativ viel Schaden. In der... ...Schussreihenfolge. Vom Norden. Hm. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken. So, Norden ist definitiv irgendwo hier. Irgendwo hier werden sie aufschlagen. Ähm. Ich glaube, hier konnte ich auch keine Mauer mehr platzieren, ne? Mauern sind nicht mehr erlaubt. Turm wohl. So. So und nicht anders. Ich glaube aber, wenn wir... ...konnten wir hier noch... ...was bauen? Nee, ne? Nee. Müsste ich hier... ...ersetzen, damit das Meer aushält. Steine haben wir leider noch nicht. Leider noch nicht. Das wird quasi gerade fertig gebaut. Weil die Einheiten könnten eigentlich auch schon direkt nach hier oben laufen. Hm. So. Zieh mal ein paar mehr Einheiten da hoch, weil doch ein bisschen was kommen wird. Ähm. Und so. Ja, ich glaube, die schlagen hier auf. Da bin ich mir langsam sogar relativ sicher. Ich vergesse übrigens andauernd die mittlere Maustaste wieder auszumachen. Also, dass man das quasi schöner sieht. Ähm. Weil ich... Man gewöhnt sich sehr schnell dran, dass das doch so übersichtlich aussehen kann. Ja, sag mir, was zu töten. Ja, gib mir etwas, was zu töten. Sniper ist bereit. Wer willst du, mich zu töten? Sieben. Achso, alle. Ja, okay. All right. So, ihr greift bitte nur das stärkste Ziel an. Hier geht mal schön nach vorne. Doch, das, doch, das, das sollten wir relativ gut gecleared bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil da haben wir doch schon ein paar Einheiten. Wenn wir hier oben dann eh fertig sind, dann können unsere Einheiten gleich woanders hin. Ich werde hier unten mal eine Balliste aufbauen. Ich habe da keine Lust mehr drauf, wenn ich Arbeiter hätte. Boah, keine Arbeiter mehr. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Mist. Ah ja, klar, wenn man Einheiten baut. Äh, scheiße. Nein, jetzt wird wieder Strom. Wie soll es doch anders sein? Aber unser Steingebäude ist fertig. So, hier können wir jetzt die Bank erforschen. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Die Bank ist wirklich geil, aber ich glaube, ich möchte erst auf Steinmauern gehen. Ja, und die werden genau hier aufschlagen. Außer die laufen jetzt in so einen blöden Bogen und kommen hier unten lang. Das würde mich, das würde mich, ähm, seelisch platt machen. Ne, 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 die kommen genau hier an. Genau wie wir es eigentlich haben wollen. Ähm, mögen die da unten auffüllen? Ähm, was locken die denn da alles an? Ähm, jetzt sagen wir nicht, wir haben das gleiche Problem wie gerade, was wir hier hatten. Ähm, oben. Da hätte ich ja mal... Oh, nee. Ich habe hier doch irgendwo noch Einheiten stehen, die ich dann nicht an der Stelle brauche. Guck mal. Guck dir das mal an, was hier alles gezogen wird. Ähm, das ist nicht normal. Also das garantiere ich euch. Das ist nicht, das ist nicht normal. Scheiße. Was ist denn da los? Ähm. Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Wir kriegen gerade wirklich arge Probleme. Ähm. Okay, ähm. Moment, 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 Moment. Scheiße, ich bin gerade... Äh, was ist denn... Also diese Map, die ist doch verflucht, oder? Diese Map ist einfach verflucht. Guck mal, wieso locken die denn so viele an? Das ist doch nicht normal, oder? Ne, das ist nicht normal. Das garantiere ich euch. Also irgendwo ist da doch gerade ein Fehler drin, oder? Puh, ähm. Scheiße. Ich glaube, das wird ein ganz knappes Ding da oben. Wenn überhaupt, ne? Also da muss ich ja mal ganz ehrlich sein. Da ist ja mal richtig der... Also hier steppt ja der Bär im Kettenhemd. Ähm. Okay. Hier kommen mir zu viele. Jetzt sagt nicht, es ist wieder vorbei. Ist das normal, dass da die halbe Map mitgelockt wird? Also, doofe Frage, aber... Das ist ja mal... Äh, warte mal. Äh, kann ich hier schon eine Steinmauer oder sowas hinsetzen? Guck mal, wie viele Hexenbüster da auch mitkommen? Nee, das ist nicht normal. Das garantiere ich euch. Was kommt jetzt alles von hier? Auch so viele? Hier geht's jetzt gerade. Puh, ähm. Ich bin gerade irgendwie... Warte mal. Ich muss mal eben hier... Äh, kurz meine Gedanken sortieren. Also das ist ja... Ich mach mal hier eine... Ne, nicht alle. Eine Reihe mal so ein bisschen aus Stein. Äh, ich hab da gerade keinen Bock drauf, dass die hier durchbrechen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Stein ist natürlich nicht das Nonplusultra, ne? Das weiß ich selber. Aber schon besser als nix. Und hier oben... Guck ich mal eben, ob ich jetzt mal eine Steinmauer hinsetzen kann. Ja. Alles klar. Mach ich das so? Das könnte ich... Die könnte ich abreißen. Diese Steinmauer hier hinten. Okay, also wir müssen definitiv... Hier hinten raus. Ähm. Ich guck nochmal eben wegen der Forschung. Steinmauern haben wir jetzt. Ein Generator wär geil, ne? Wir erforschen Generatoren, weil wir nämlich null Energie haben. Ähm. Und damit können wir das halt wieder so ein bisschen überbrücken wie letztes Mal, ne? Da hatten wir das ja auch so gemacht. Dann klappte das ganz gut. Keine Arbeiter mehr. Das ist... Ähm. Erstmal gar nicht so super schlimm. Ich wette mal hier außen eben komplett auf. Ich musste hier grad mal die Bogenschützen runterziehen. Also wenn sie kommen, dann kommen sie auch wirklich von überall, ne? Also das ist ja... Das macht mich ja gerade seelisch ein bisschen fällig. Muss ich wirklich mal. Ähm. Ja gut, dass wir das jetzt haben. Dass wir unsere Sachen auf Stein aufwerten können. Im Pause-Modus kann ja erstmal so nix passieren, ne? Deswegen der Pause-Modus... Ich glaub, das wird wieder mein bester Freund werden. Das sag ich euch. Ähm. Und hier werten wir auch mal auf. Weil die hier halt auch sehr oft kommen, ne? An dieser Stelle. Wir haben jetzt... Stein-Tor können wir... Ach doch, können wir auch. Okay. Gut. Ich dachte, das wäre nochmal eine separate Forschung. Aber... Nö, ist es nicht. Ja, wenn wir hier gleich fertig sind, ey, dann... Wir werden hier gleich... Wir müssen hier gleich rausrücken. Aber die Balliste ist fertig. Das machen wir jetzt hier auch nochmal eben fertig. Kostet sackviel Gold, ne? Nochmal wieder eine Gruppe. Aber das ist okay. Wenn wir hier da vier haben... Und ich ziehe hier auch nochmal jemanden hin. Hier werde ich jetzt auch gleich eine Balliste bauen. Einfach nur... Zur Sicherheit. Klar, wenn wir erstmal Energie haben und alles. Jetzt wird es gerade irgendwie ein bisschen hektisch gefühlt, ne? Und die zwei Bogenschützen... Ich mache hier vorne nochmal eben die nächste Reihe. Weil das würde mich... Ähm... Seelisch fertig machen. Wenn wir hier das nicht... Durchhalten... Aus... Ähm... Fehlern. So. So ist das erstmal okay. Hier könnte besser, ne? Hier ist halt doof wegen der Energieversorgung. Aber ich habe auch gerade kein Gold, um irgendwas zu machen, ne? Und auch keine Energie, also... Arbeiter ordentlich. Das ist aber nicht schlimm. Das könnten wir pausieren. Wie teuer wäre das? 300 Gold. Wir pausieren mal kurz... Ähm... Dieses Steingebäude hier oben. Damit wir uns nochmal einen Generator platzieren können. Wo setzen wir den Generator denn hin? Hier... Wäre doof wegen den Gebäuden. Hier ist glaube ich okay, ne? Jetzt kommen sie von hier. Na gut. Irgendwie gefühlt immer die schwächste Stelle, ne? Immer die schwächste Stelle. Die angreifen. Bogenschützen sind hier eigentlich schön leise. Wir gehen jetzt mit denen hier... Hier raus. Danke fürs Speichern. Ich wollte gerade sagen, was sind das denn hier oben alles für Gebäude? Aber so geht's. Ich mach's mal wieder hübsch, ne? Das Raster mal wieder weg vom Boden. Ich habe kurz Pause gedrückt. Ähm... Ja, jetzt ist es natürlich direkt wieder hässlich. Ja, das kann ich, ne? Da habe ich ein Gefühl für. Immer zum passenden Zeitpunkt. Ähm... Ich hab ein bisschen Schiss, dass die Sniper mir hier... ...die Gegner zu sehr anlocken. Aber... Ich glaube, das geht noch, wenn ich die da hinten stehen habe. Siehst du, da kommt die nächste Gruppe. Ich werde hier jetzt auch eine Balliste bauen. Und... Tja. Mal gleich gucken, dass ich Arbeiter kriege. So, und jetzt räumen wir hier die Stadt auf. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Wir räumen jetzt hier die Stadt auf. Irgendwas müssen wir hier machen. Und dafür haben wir noch genug Einheiten. Damit wir das hier einigermaßen gut geklärt bekommen. Oh, da kommen gut Hexenbiester. Die kommen gut aus allen Richtungen hier. Aber ich glaube, das kriegen wir hier noch einigermaßen gecleared. Oh. Ohren werden wieder angegriffen. Kennen wir ja schon nicht mal anders. Es ist ja Standardprogramm. Es ist einfach Standardprogramm bei uns. Ah, hier fehlt mir eine Mauer, ne? Hier fehlt mir ein Mauerelement. So. Das schaffen die. Okay. Balliste ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Häuser. Wir können wieder Häuser bauen. Weil wir wieder Strom haben. So, hier oben muss ich ja auch wieder Bank und so platzieren. Weil hier der Radius, der reicht bis hier. Von der Bank wird der aber nicht so weit reichen, ne? Von der Bank, das wird, also ich weiß, dass die identisch groß sind. Aber dann wird der halt ein Feld, die gehen immer von der Mitte aus, ne? Also zwei Felder definitiv kürzer sein. Das heißt, die beiden Felder werden fehlen. Könnten wir noch eins, zwei, drei Häuser platzieren. Und die werden definitiv noch mit im Bereich drin. Und hier können wir auch nochmal locker eins hinsetzen. Zur Not könnten wir hier unten, glaube ich, auch noch, ne? Ja, hier könnten wir auch noch raus. Hm, ein bisschen viel locken die schon an. Mhm, 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 mhm. Wir gehen mal so ein bisschen hier Richtung Tower. Richtung Balliste. Die klärt das eigentlich doch wenigstens ein bisschen weg. Und jetzt können wir immer noch langsam wieder in diese Richtung laufen. Okay, der eine Spucker, das ist okay. Da, zwei Hexenbieste. Habt ihr das gesehen? Als ob die gespawnt sind da in der Ecke. Also was hier aber mitkam mit der Welle, das war die zweite Welle, die wir hatten. Die zweite Welle. Und die haben richtig was mitgenommen. So, die Gebäude sind gerade alle fertig geworden. Deswegen, ähm, gucken wir mal eben. Ah, kein Gold für nix. Kein Gold für nix. Das wird sich ändern, wenn wir anfangen, diese Häuser kaputt zu machen. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. So, 16 Arbeiter. Wir könnten uns noch ein paar Einheiten holen. Ein paar Sniper zum Beispiel. Das wäre eigentlich, glaube ich, sogar empfehlenswert. Also diese Ecke hier müssen wir definitiv irgendwo in irgendeine Richtung ausbauen. Deswegen bin ich hier gerade hingelaufen. Weil das hier echt bläh ist. Also zur Not reicht ja auch nur eine Mauer. Falls ich nicht überall perfekt Türme setzen kann. Ja, vielleicht kann ich den damit einbauen irgendwie. Diesen Shock Tower. Da müsste man mal gucken, wie man das macht. Müssen wir mal schauen. Freie Fläche ist immer schön eigentlich, gerade zum Bauen. Aber manchmal... Ah, die kosten so viel Gold, ne? Die Einheiten. Die Einheiten ziehe ich mal mit hier hin. Ah, das wird jetzt aber auch Zeit, ne? Also, dass wir das geklärt kriegen. Ich kann meinen Steinwerk wieder anschmeißen. Das ist einfach unfair, ne? Das ist einfach unfair. Bei den Soldaten ziehe ich auch nochmal dazu. Hier hinter brauchen wir nämlich keine Einheiten. Eine Balliste ist aber viel zu wenig. Also ich hatte das immer stärker in Erinnerung. Aber gut. Ist halt auch nur so ein Gefühl. Und die immer das stärkste zielen, das ist richtig. Das ist auch bei allen dann so. Soldaten steigen auf, das ist auch sehr schön. Guck mal, das ist jetzt größere Schrift. Hast du das gesehen? Mit dem Stein-Symbol dahinter. Noch ein Hexenbild. Also, was hier oben für ein Lager ist. Oh, jetzt warten wir wieder ein bisschen. Das kam wieder, kam wieder ein bisschen viel. Also eigentlich kriegen die das gut abgeräumt, ne? Siehst du, wenn die nicht so richtig überkommen. Ich muss nur so ein bisschen die Sachen hier im Auge behalten. Hier geht's, ne? Komm, ich ziehe dir, ich baue dir jetzt keinen Tower hin. Das ist mir zu teuer momentan noch. So. 1800. Wir können unseren Energiegenerator bauen. Ich kann Richtung Gießerei. Ich glaube, ich möchte Richtung Bank gehen, ne? Ja. Die Bank brauchen wir ganz dringend, weil damit wir hier viel mehr Kohle kriegen. Und danach können wir Richtung Steinhäuser gehen. Ich glaube, das klingt ganz gut so weit. Und dann? Ist schon mal eine Ansage, ne? Dass die Scharfschützen alle so schnell und schön aufsteigen. Das freut mich. Ich ziehe den vorsichtshalber hier runter, einfach nur, weil ich mit der Truppe gerade hier oben bin. Und der hat so ein bisschen Selbstmordgedanken, ne? Wir können überlegen, hier oben noch einen Tower hin zu platzieren. Dass wir einfach mehr sehen. Guck mal, das mit mittlerer Bevölkerung. Das finde ich echt schon krass, ne? Und das ist Tag 34. Wir müssen uns ranhalten. Wenn wir hier irgendwann weiter raus wollen. Hier ist mir halt zu schwach auf der Brust, ne? Also, hier will ich definitiv raus. Hier will ich definitiv raus. Das sehe ich auch als Möglichkeit. Ähm. Hier können sie nicht durch. Siehste, das ist zu. Hier ist nur so ein kleiner Durchgang. Und hier ist okay. Aber hier zu machen ist kein Problem. Hier zu machen, vernünftig, das dürfte kein Problem sein. Hier können wir einfach alles zu kloppen mit Mauer und ein, zwei Einheiten dahinter stellen. Entschuldigung für so räuspern. Hier zu machen können wir nicht mehr. Das ist zu nah an der Kartengrenze. Würde ich mal behaupten. Aber hier könnten wir auch... Ja gut, das ist natürlich eine große Mauer, aber... Es ist ja nur Stein oder Holz. Ich sag mal, ich muss ja nicht überall pingeligst einen Turm dahinter ziehen. Hier wird, glaube ich, auch gehen. Und hier prinzipiell auch. Und hier oben müssen wir dann halt mal gucken, wie es aussieht. Das ist jetzt schwierig mit der Stadt, die wir klieren wollen. Oder müssen, nicht wollen, sondern müssen. Ah, und so viele Bürger brauchen wir mehr. Aber wie viel können wir hier noch setzen? Eins, zwei jeweils. Aber hier wollte ich gucken, eigentlich wegen der Farmen, ne? Ich gehe für 17, oder? Das ist aber auch... 48 ist noch okay. 48 setze ich definitiv noch eine hin. Ähm, ja, das machen wir auch. Aber hier oben nicht mehr. Das heißt, hier oben werden wir... Könnte da auch noch eine Farm setzen, ne? Auch für 48. Dann setzen wir uns auch schon mal da hin. Und jetzt setzen wir uns hier nochmal zwei Häuser hin. Ein Haus, weil wir haben keine Nahrung mehr. Gut, kriegen wir jetzt ja hin. Jetzt kriegen wir ja Nahrung. Die ballern ganz gut, ne? Die Einheiten ballern wirklich ganz gut. Das ist eigentlich schön, ne? Wenn die da so gut was gekliert kriegen. Jetzt haben wir noch wieder Gold und Kapazitäten übrig. Ähm, hm, 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 hm. Ich möchte gerne hier unten nochmal eine zweite Gruppe anfangen zu bauen. Wir wissen jetzt ja, es geht. Es geht mit dem Kleeren. Und hier ist auch okay, wenn wir die Stadt angreifen, laufen wir ein Stück zurück, weil wir hier zwei Ballisten haben. Könnten wir schon anfangen mit Bogenschützen zu Kleeren, ne? Ah, so viele Gedanken. So viele Gedanken. 300 Gold, ne? Was kostet die nächste Forschung? 600 Gold. Hat aber noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir setzen nochmal zwei Sniper in Bau. Und irgendwann wird die Stadt halt auch leer sein, ne? Nur letztes Mal bin ich damit viel zu spät angefangen. Ich glaube, ich bin im Jahr zu Tag 60 oder so erst angefangen, die Stadt zu kleeren. Ähm, die Kleine. Da müssen wir ein bisschen fixer sein. Hier könnten wir uns auch noch Ressourcen holen. Prinzipiell. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm... Acht Nahrung könnten wir uns da nochmal holen. Ich meine, haben, ne? Ist besser als brauchen. Dann setzen wir uns hier nochmal eine Jagdhütte hin. Hier könnten wir uns auch nochmal eine für acht reinsetzen. Machen wir auch nochmal. Machen wir auch nochmal. Das ist sehr gut. Die Bank ist fertig. Ähm... 12 Arbeiter, 20 Energie. Hm. Arbeiter müssten wir jetzt haben. Energie halt nur nicht. Wie soll's auch anders sein? Acht Arbeiter. Ach, Arbeiter. Püh. Ähm... Wo setz ich dich hin? Direkt hier rein, oder? Ist doch eigentlich gut so, ne? Kann hier eh nichts dazwischen bauen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die... Naja, vielleicht lauft ihr nicht ganz oben... ...in die Stadt rein. Wenn jetzt gleich die nächste Welle kommt, dann könnte es knapp werden. Also wenn ihr nochmal so viel mitloggt von der Map... ...bitte, dann kriegen wir ein Problem. Das verspreche ich euch aber. So. Gucken wir mal ganz kurz mal das Gebäude anhitten. Vielleicht einen Sniper, magst du bitte? Ah, es kommt noch was aus der Stadt. Also die locken ja auch über die Geräusche, ne? Die locken ja auch über die Geräusche, die Soldaten. Und so, die sind... Ah, doch. Doch, die Gebäude. Ist gut. Ich glaub, die sind leer. Zum Teil sind die leer. Siehste? Aber ich glaub, bei weitem noch nicht alle. Oh, da spuckt er wieder. Aber das ist okay. Die haben ja... Self-Rack. Dann heilen die sich auch ein bisschen hoch. Und manchmal die Einheiten reagieren manchmal echt komisch, ne? So, Kraftwerk ist abgeschlossen. Super viel Energie. Richtig cool. Jetzt gehen wir auf Steinhäuser. Oh, das kriegen wir schnell durchgeforscht. Vom Gefühl. Von meinem Gefühl her schnell durchgeforscht. Ähm, eins, zwei Häuser setzen wir uns da nochmal hin. Und dann kriegen wir gleich wieder Kohle und alles. Und dann können wir auch anfangen, die Bank zu bauen. Ah, kommen da noch so viele Einheiten raus. Da kommen bestimmt noch... Ja, war klar. Aus der Zentrale kommt immer noch was rausgekrochen. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Das ist noch nicht so schlimm, was da unten los ist. Jägerin steigen auch auf. Guck. Guck dir das doch mal an. Wie geil, wie hier vorwärts kommen. Also, ich bin damit wirklich zufrieden. Gefühlt eine Steigerung von der ersten Staffelfolge, möchte ich mal sagen, bis zu dem, was wir jetzt hier tun. So, Gebäude sind wieder fertig. Mehr Arbeiter. Nahrung haben wir noch massig, weil wir zwei Farben in den Bau gesetzt haben. Es wird geforscht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich hier vielleicht erforschen sollte. Kristallpalast wurde mir noch empfohlen. Nahrung plus 800. Ah, 6000 Gold, ne? Ja gut, das kriegen wir gleich nochmal besser mit der Bank hin. Und dann können wir auch erstmal die ganzen Gebäude auf Stein aufwerten. Bevor wir da ein Großparty machen, ist in dem Gebäude noch was drin. Ja, 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 ja. Da ist doch noch ein bisschen was drin. Ja, ist auch ein bisschen mehr noch drin. Okay. Das war knapp. Uh, das war knapp. Alter, komm mal. Kater, bitte. Fein. Puh. Ja, manchmal muss man so ein bisschen drauf aufpassen, dass die eine oder andere Einheit da auch gut hinterläuft. Werden wir mal ein bisschen auf Stein auf. Und ich glaube, wir können uns jetzt die Bank bauen. Schade, ist doch nicht da oben drin. Eins, zwei, drei. Ach, es sind drei Striche. Ah, Mist. Okay, schade. Aber hier unten können wir uns die gut hinsetzen. Hab ich mich so verzählt? Ne, hab ich nicht. Ne, aber so passt doch, ne? Ja, 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 ja. Guck. Zack. Bank platzieren. Gebäude aufgewertet. Das Einzige, was halt wirklich fehlt, ist wie immer das schöne, liebe Gold. Aber wir haben hier unten noch so ein paar Sniper stehen. Soweit auch okay, fünf Stück in Summe, die hier oben steigen auf und räumen auf. Körme, ist da immer noch was drin in diesem blöden Scheißgebäude. Erleck mich doch an die Füße. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ich würde aber sagen, ich mache mal kurz Pause. Endlich mal wieder. Und wir sind am Ende einer Folge von They Are Billions angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste. Bis dahin.